Wie's Leute was geht ab? Willkommen zu diesem neuen Video. Ich fahre heute mit einem Kollegen nach Hamburg und nehme die Kamera ein bisschen mit. Wetter ist so mäßig gut, aber davon lassen wir uns nicht aufhalten und ich würde sagen, ich merke mich dann wieder, wenn wir in Hamburg sind. Übrigens Leute, wir erleben hier den ganz dekadenten Lifestyle und fahren jetzt erstmal mit den Fahrrädern los. Bock! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 2 Euro, ich taue mal rein. Viele Leute haben uns jetzt gerade noch den Fiji Water gezogen. Wir machen jetzt mal den Live Geschmacktest. Ja, schmeckt auf jeden Fall wie ganz normales Lenkungswasser. Perfekt! Die Investition hat sich auf jeden Fall genut, würde ich sagen. Ja Freunde, jetzt wollen wir nochmal zum Wintageladen gehen. Zu Wintag and Rags. Der ist hier vorne um die Ecke. Mal auschecken, ob man da sich vielleicht das ein oder andere heftige T-Shirt ziehen kann. Bis zum nächsten Mal. Die Zeit ist mittlerweile ein bisschen vorangeschritten, wie ihr seht, ist es schon um einiges dunkler. Wir werden jetzt noch mal kurz das Alsterhaus abchecken. Verkaufen werden wir wahrscheinlich nicht, aber man kann ja mal trotzdem mal gucken, sieht auf jeden Fall ganz nice pieces da am Start. Freunde, willkommen zu dem Part 2 vom Video. Ja, ihr seht, es ist ein neuer Tag, es ist relativ hell heute. Letztes Mal nur ein T-Shirt geshoppt, aber naja, was soll's. Neuer Tag, neues Glück. Ich nehme euch wieder ein bisschen mit und mal gucken, was wir heute so shoppen können. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020